Der Bruder fragt, ab wie vielen Jahren ist man in der Pubertät? Erstmal geht man nicht von den Jahren aus, sondern man geht von bestimmten Sachen aus, die sich verändern am Körper des Menschen. Beim Jungen und beim Mädchen gleich ist es so, sobald Haare an den Achseln und im Schambereich wachsen, hat man die Pubertät erreicht. Und sobald man feuchte Träume bekommt, ob Junge oder Mädchen, hat man die Pubertät erreicht. Und beim Mädchen kommt noch dazu, dass wenn sie die Monatsblutung hat, hat sie die Pubertät erreicht. Dann aber am Ende kommen die Gelehrten zum Alter und sagen, wenn keines dieser Zeichen vorkommt, kann ja sein, dass ein Junge gar keine Schamhaare bekommt, gar keine Achselhaare, dass Mädchen noch keine Blutung bekommt usw. So sagen sie, ist spätestens ab 15 Jahren die Pubertät erreicht worden. Also ab 15 spricht man von einem pubertierenden Jungen, von einer pubertierenden Schwester und schaut dann nicht mehr, ob derjenige das oder das oder das hat, sondern man sagt dann, okay, ab 15 Jahren hat man die Pubertät erreicht. Der Beweis dafür ist, unter anderem, dass Abdullah Umar zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam gekommen ist, um an einer Schlacht teilzunehmen. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihn weggeschickt. Warum hat er ihn weggeschickt? Weil er noch nicht Pubertät erreicht hat. Dann sagte Abdullah Umar, als ich dann 15 Jahre alt geworden bin, kam ich nochmal zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, und dann hat er mich aufgenommen für den Kampf. Und hier sagen die Gelehrten, das ist ein Beweis dafür, dass man ab 15 Jahren die Pubertät erreicht hat. wallahu alaihi wa sallam.